So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier bei Pokémon Schwarze Edition 2, wo wir im letzten Part ja unterwegs im Wüstenresort waren, weil ich ja gesagt dachte, ich könnte mir, sag da schon, mein letztes Teammitglied schnappen, doch leider war es ja so gewesen, dass wir den richtigen Zugang jetzt aktuell noch nicht zur Verfügung haben. Das dauert, sag jetzt, noch eine ganze Weile oder ansonsten, wenn es, sag nicht so ganz klappt, habe ich, sag noch eine Idee für ein anderes sechstes Teammitglied. Aber hey, aktuell bleibt es an der aktuellen Aufstellung bei, wir haben, sag, Griffeldes, wir haben, sag, Swatronin, wir haben Fucano, wir haben Vati und natürlich, wir haben Slimer. Damit haben wir jetzt, sag ja schon, vor dem vierten Orden ja auch schon ein recht vernünftiges Team auf die Beine bisher gestellt. Wird zwar natürlich jetzt auch schon besser gewesen, hätten wir jetzt auch schon Teammitglied Nummer 6, aber hey, was noch nicht ist, das ist nicht. Also machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg nach Rayono City. Machen wir uns auf den Weg nach Rayono City zu Orden Nummer 4 und vor allem jetzt auch erst einmal zu einer kleinen Städtererkundung. Aber wie dem auch sei, auch ein paar kleine Trainerkämpfe stehen hier noch auf der Route aus. Hey du, bleib doch mal kurz stehen! Tja, willkürliche Kontrollen vom Polizist Dale mit seinem Riolo. Kein großes Problem für unser Swatronin. Als nächstes ist er sogar noch ein Fucano. Yo, der beste Freund und Helfer eines jeden Polizisten in der Pokémon-Welt. Davon lasse ich mir nicht aufhalten, ich bin nicht zu stoppen. Tja, willkürliche Polizeigewalt. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Auch Gebiete mit Ruinen werden inzwischen urbar gemacht. Ob das wohl mit die Geschichte neu schreiben gemeint ist? Hm, da fällt mir jetzt auch gerade ein. Hätten wir jetzt auch mal gucken sollen, ob es hier irgendwas gäbe? Hey, hört dir mal bitte an, wie ich Pokémon-Ruf imitiere. Jo. Aufgepasst, ich arme jetzt den Ruf eines deiner Pokémon nach. Welches deiner Pokémon habe ich eben nachgeahmt? Äh, das kann ja bloß Fucano gewesen sein. Bingo! Die Rufe, die du ständig hörst, erkennst du natürlich. Danke, dass du mitgemacht hast. Es ist zwar nichts Besonderes, aber hier, das ist für dich. Ein Pokéwedel. Wozu ist er noch gut? Ah, nö. Nein, ich will Erzak jetzt beim besten Willen nichts mehr davon hören. Hm, aber was ist da Erzak jetzt hier so was Besondere gewesen? Gab es hier noch was Besonderes? Belgier lungern immer nur herum. Es kann nicht angehen, dass sie nur Radau machen, um cool zu werken. Okay, ich gehe jetzt aktuell mal davon aus, abgesehen vom Pokéwedel. Haben wir jetzt auch wirklich vielleicht hier nichts Besonderes gehabt. Sandstürme kann einem übel zusetzen, aber es scheint, dass Pokémon von Typ Gestein, Boden und Stahl im Sandsturm keinen Schaden nehmen. Ich möchte gerne meinen Lin-Minip gegen deinen Warmball tauschen. Hab ich nicht. Verstehe, dann vielleicht nächstes Mal. Tja, hätten wir jetzt eigentlich schon irgendwo einen Warmball kriegen können? Wenn ich mich einsam fühle, muss ich nur an die großen runden Augen meines Pokémon schauen. Und die Traurigkeit verfliegt. Hm. Großlinse. Ja, auch sehr passend. Also gut, schauen wir uns dann in den beiden anderen Wohnhäusern mal kurz um. Und dann geht es ja gleich sowieso rüber nach Iono City. Hm, ihm ist der Angriff beim Pokémon am wichtigsten. Und ihr die Initiative. Na gut, sonst noch was hier? Nicht pünktlich beendet werden, hängen hier jetzt solche Typen herum. Aha. Ich finde es toll hier. Status in der Iono City sind ja ganz in der Nähe. Das ist sehr praktisch. Ich bin hier eigentlich hergezogen, weil ich gehört habe, dass die Gegend noch weiter ausgebaut wird. Naja. Eile mit Weile. Eile mit Weile. Es geht ja nun wirklich nicht alles so ruckdi-zuck. Okay, wir schauen uns noch mal kurz hier um. Weißt du was? Donnerstags kommt mit meinem Pokémon hergeflogen. Ja, das haben wir, sag ich, schon gefangen. Griff hält es. Du bist ja ein ganz schön aufmerksamer Trainer. Schau mal für dich. Eine Citro-Bäre. Es ist immer gut, sich mit vielen verschiedenen Leuten zu unterhalten. Ja, nicht übel, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir machen uns jetzt doch mal schleunigst auf den Weg nach Iono City. Der Weg nach Iono City hat sich jetzt sowieso auch ein bisschen verändert. Hm, was mache ich nur? Ich kann das auch niemals alleine bewältigen. Hey, du da. Willkommen in der Einklangspassage. Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan noch nichts los. Bisher ist das hier also nichts weiter als eine normale Straße. Ups, wo habe ich nur meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut, ich bin der Besitzer der Einklangspassage. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftigkeit spüren. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Moment mal, ich habe die Idee. Du bist ja ein Trainer und kommst viel herum, nicht wahr? Jemandem wie dir, der auf seine Reisen viele Menschen begegnet, könnte ich diese Aufgabe wohl gut anvertrauen. Na, was sagst du? Würdest du das nicht gerne mal versuchen wollen? Jo. Vielen Dank. Also gut, dann sag mir doch mal, was du so für ein Mensch bist. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich hier charakterisiert und den du am liebsten in die Welt hinausrufen würdest? Vorsicht! Das ist ja eigentlich egal. Drahtlos-Funktion haben wir jetzt hier sowieso nicht. Ähm. Okay, dann eben Hallo mit dem Smiley. Und was sagst du gerne, wenn du eine Sache toll findest, beziehungsweise was ist dein Ausdruck der Begeisterung? Ein ganz allgemeiner Spruch wäre gut, denn jemand sofort versteht, aufwenden du ihm gerade zum ersten Mal begegnest. Boah. Die Einklangspassage, dass er, sagt, dieses Teil hier gab. Habe ich ja, sagt, auch schon vergessen gehabt. Hallo und toll. Yo. Habe ich es mir doch gedacht. Du bist für diese Aufgabe wie geschaffen. Du musst das unbedingt übernehmen. Entweder du oder keiner. Chef, es wird langsam Zeit für den nächsten Termin. Ach ja, den hat er nicht fast vergessen. Mein Massagetermin. Meine lieben Assistenten, ihr habt gehört, was Sache ist? Ich überlasse alles weitere euren fähigen Händen. Ich muss aber los. Die Massage wartet. Jawohl, seien Sie ganz unbesorgt. Und gute Reise. Und weg ist er. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Wie sollen wir dich denn ansprechen? Äh. Ganz einfach, Boss. Boss, okay. Du bist hier mit nun in vollem Umfang verantwortlich für diese Passage. Noch herrscht hier nurgehende Leere, aber wir bitten dich, dass du aus dieser Straße eine belebte Passage machst. Ein Ort der Begegnung, an dem viele Menschen begeistert ein- und ausgehen. Ich werde dir gleich erklären, wie du diese Passage wachsen und gedeihen lassen kannst. Sprich mir einfach an, wenn du soweit bist. Ja, hallo? Um Leute anzulocken, bietet es sich an, Einrichtungen zu öffnen, die irgendwie praktisch oder nützlich für die Besucher sind. Genau, ich rede von irgendwelchen Geschäften. Du musst also Leute finden, die schon immer einmal davon geträumt haben, ihr eigenes Geschäft aufzumachen. Solche Leute musst du dann nur noch dazu anwerben, hier ihren Traum zu verwirklichen. Na nur, da kommt dir ja schon jemand. Du kannst ja gleich mal versuchen, diese Person anzuwerben. Hey, du da, Kitty. Hast du nicht schon immer mal davon geträumt? Für zu, äh, zu überteuerten Preisen, er sagt, Waren anzubieten. Und über noch, äh, verdammt nochmal jetzt. Das ist nicht so einfach jetzt. Und er sagt, hochende Mieten für einen Standplatz zu zahlen. Dann bist du hier genau richtig. Ja, nusch. Super, ist das eine neue Einkaufsstraße, ey. Da gibt es ja noch gar keine Geschäfte. Vielleicht kann ich meinen Traum ja hier wahr werden machen. Wer weiß. Okay, anwerben. Wollt's in dieser Einkaufsstraße Träume wahr werden, dann will ich viele verschiedene Pokémon trainieren und ganz stark machen. Okay. Ups, da ist jetzt der Sack. Wieder mal die Verbindung irgendwie abgefallen. War jetzt irgendwie nicht ganz im Einklang. Okay. Danke, super. Tja, wir haben den ersten Bodybuilder für die Einklangspassage angeworben. Camp Janusz Dojo hat eröffnet. Tja, das muss man gesehen haben. Training für Pokémon. Also, was können wir machen? Super Boss, ich gebe alles in Sachen Pokémon. Camp Janusz. Pokémon trainieren. Äh, kurzes Geheimtraining und mit deinem Pokémon durch. Der Level steigt um eins. Initiativlevel. Mal kurz überlegen. Dafür bräuchte man natürlich erst einmal. Okay, Initiativtraining für Fugano. Super, Fugano. Wir wollen alles geben. Fugano, gib alles. Gib alles. Gib alles nur noch mehr. Gib alles nur noch mehr. Viel mehr. Gib alles nur noch mehr. Viel mehr. Mehr. Super, du hast echt alles gegeben. So, dieses Pokémon ist jetzt stark. Dann biete ich jetzt um die Bezahlung. Wow, Boss. Was? Super Boss. Ich gebe alles in Sachen Pokémon. Dann erst mal die Spezialverteidigung. Da wäre ich dann für Slimer. Gut, das wollen wir jetzt mal kurz überspringen. Herzlichen Glückwunsch, hast du wirklich ein feines Geschäft eröffnet. Aber ein Geschäft ohne Kunden ist ja noch eine recht sinnlose Angelegenheit. Als nächstes musst du also potenzielle Kunden zu dem Geschäft führen. Dazu sprichst du Passanten an, um ihnen dann ein Geschäft zu empfehlen. Na sowas, da kommt ja gerade wieder jemand. So ein Zufall, das ist die Gelegenheit auszuprobieren, wie das mit dem Empfehlen funktioniert. Genial, ist das hier eine Einkaufspassage? Gibt es hier wohl tolle Geschäfte? Jo, empfehlen. Das Bodybuilder-Geschäft von Janusz. Ui, das sehe ich mir gleich mal an. Super. Genial. Camp Janusz? Was für ein tolles Geschäft. Tja, die Beliebtheit ist gestiegen. Die Beliebtheit von Einklangspassage ist um 40 gestiegen. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, du hast einem potenziellen Kunden ein Geschäft empfohlen und so direkt dafür gesorgt, dass die gesamte Passage nun beliebter geworden ist. Immer weiter so. Wenn die Geschäfte an Popularität gewinnen, wird die Passage bestimmt im Nu berühmt. Ein guter Weg, mehr Kunden anzulocken. Drahtlos-Funktion brauchen wir, sagt nicht. Also was, wir stehen dir auch weiterhin in unserer Funktion als Assistenten zur Verfügung. Du findest uns hier in diesem Raum. Wir helfen dir gerne, du kannst also wirklich jederzeit vorbeischauen. In diesem Sinne gutes Ge... Link. Ah, wieso ist jetzt schon wieder die Verbindung abgebrochen? Und viel Erfolg. Ah, keine Ahnung, wieso er sagt jetzt hier ständig die Verbindung, er sagt, abbricht. Na, wie der muss es sein, willkommen endlich in Rayonus City und hallo! Zweiter Hauptcharakter des Spiels. Rosi! Und darüber hinaus auch noch die Bahn... Äh, die Zugführer, Lokführer, Schaffner, hin und her. Du kennst doch die Weichenstation, oder? In der U-Bahn, dort kann man nach Herzenslust Pokémon-Campfer austragen. Als ich dort meine Kräfte messen wollte, verändert doch tatsächlich auf einmal die Mischung. Metro... Metro-Meister. Ist es nicht der Wahnsinn? Das sind die stärksten Trainer in der gesamten Weichenstation. Und das Beste ist, sie sind immer für einen Kampf 2 gegen 2 bereit. So eine Gelegenheit bietet sich einem nicht auf. Trittst du mit mir zusammen gegen sie an? Bitte, bitte. Jo. Danke. Ich heiße übrigens Rosi. Auf das wir ein schlagkräftiges Duo abgeben, das selbst die Metro-Meister bezwingen kann. In diesem Sinne auf in den Kampf gegen die Metro-Meister. An einem Ort wie diesen Pokémon-Kämpfe auszutragen mag ungewöhnlich sein, aber wie es scheint, will es das Schicksal ebenso. Immerhin eröffnet einem das ganz neue Perspektiven und lernen kann man dabei auch noch was. Also her. Wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Betriebsregeln beachten. Alle sicher durch den Verkehr bringen. Das Ziel ist der Sieg. Wir starten jetzt durch. Tja, ein kleiner Kampf gegen Hin und Her. Das ist, er sagt, jetzt sowieso auch noch gut. Da wir sowieso jetzt noch ein bisschen hier in Rayono City trainieren wollen, bevor wir uns dann um den vierten Orden her kümmern. Es gibt hier zum Glück noch ein paar sportliche Angelegenheiten, die wir in die Lupe nehmen können. Ja, noch ein bisschen Training muss ja so oder so immer mal wieder sein. Okay, so langsam mal sicher ist es wirklich eigenartig, dass wir jetzt ständig immer das Signal verlieren. Okay, das war jetzt wirklich ein mieser Volltreffer. Vielleicht bräuchten wir als nächstes auch erstmal wieder ein paar weiterentwickelte Pokémon. In Bezug auf Vati dauert es ja jetzt sowieso ja bloß noch neun Level-Ups. Bis Vati zu Ampharos wird. Okay, das war jetzt, er sagt, ziemlich knapp. Bravo, damit hast du demonstriert, was für ein brillanter, fantasievoller Trainer du bist. Aber lass mich dir noch eins mit auf den Weg geben. Jemand wie du sollte sich mit diesem Sieg nicht begnügen und höhere Ziele anstreben. Tja, da haben wir das Trainingsgeld ja jetzt wieder reingekriegt. Du musst unbedingt und auf jeden Fall beim nächsten Mal mit der U-Bahn fahren und dort gegen uns kämpfen. In diesem Sinne alles einsteigen und Türen schließen, der Zug fährt ab. Tja, weg sind sie. Puh, sind die Stark sind eben nicht umsonst die Metro-Meister. Aber ich möchte auf jeden Fall weiter trainieren, um irgendwann noch einmal gegen sie zu kämpfen. Dann auch gerne ohne, dass sie sich dabei zurückhalten. Vielen Dank, Phantom. Hier, das ist für dich als kleines Zeichen meiner Verbundenheit. Kampfradar? Kampfkamera? Mithilfe der Kampfkamera kannst du übrigens Kämpfen mit deinen Freunden oder auch Kämpfe in der Kampfmetro aufzeichnen. Wie du machst du, Phantom? Es war mein großes Vergnügen, mit dir zusammen zu kämpfen. Ich hoffe, wir haben dazu bald mal wieder die Gelegenheit. Mach's gut. Tja, mach's gut, Rosi, mach's gut. Wir machen uns dann jetzt erstmal auf den Weg zum Pokémon Center und dann noch zu ein paar sportlichen Einrichtungen hier in Rayuno City. Wir müssen eben unser Training noch ein bisschen weiter vorantreiben, damit wir, wie gesagt, nicht ganz zu unterlevelt sind im Kampf gegen... Die Arena-Leiterin dieser Stadt, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Also gut, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Vati, es wird Zeit, dass wir dich ein bisschen weiter trainieren. Also gut, was haben wir jetzt hier? Das Sportstadion, Fußball, Baseball und Football. Hier können wir sich auch noch ein bisschen nach unserem kämpferischen Geschick mal feilen. Und uns dabei dann sowieso noch ein bisschen beeilen. Erstmal gegen die ganzen Football-Spieler hier. Power! Power ist für Pokémon-Kämpfe genau wie ein Football-Match unbedingbar. Unabdingbar. Okay, Footballer Bruce. Mit Flampion. Level 25. Okay, nicht gerade so optimal. Okay. Aber wir sind ja, sagt Level-Technisch aktuell sowieso auch ein bisschen hinterheran. Okay. Oh, wir sind jetzt wirklich der Sack jetzt leveltechnisch wirklich hinter ran, hinter ran bis zum geht nicht mehr. Naja, aber Slimer war jetzt aktuell sowieso auch unser schwächstes Pokémon, so Schlammbombe. Wie sähe es der Sack jetzt aus? Wir machen mal den Aussetzer weg. So, als nächstes kommt dann Praktibalk. Herbei. Versuchen wir es dann gleich mal mit einem Schlammbart. Eine Schlammbombe vielleicht? Nee, das funktioniert jetzt leider noch gar nicht gut und wir haben beim besten Willen jetzt keine Heil-Items mehr zur Verfügung. Das ist ja auch übel. Das ist wirklich übel. Wir haben aktuell wirklich gar nichts gegen diese Pokémon gegenzusetzen. War die Power meines Teams vielleicht nicht genug? Schwer zu sagen. Meine Power hat vielleicht nicht gereicht. Dafür mangelt es mir nicht an Güte. Trotzdem ein Geizknüppel. Ich will bis gerade an die Spitze, deshalb trainiere ich jeden Tag. Tja, schön für euch. Aber meine Training-Session ist jetzt leider, er sagt, schon so gut wie vorbei. Wenn wir, er sagt, jetzt nicht wieder unsere Pokémon heilen gehen. Oder natürlich auch noch ein paar neue Sachen einkaufen. Ja, 20 Supertränke, die reichen erst mal. Ja, das wäre dann erst mal ein guter Anfang wieder. Gut, dann erst mal wieder zurück ins Sportstadion. Uns erwarten dort immer noch einige Kämpfe. Also gut, wie viel... Okay, ein Football-Match findet hier, wie es aussieht, auch gerade statt. Und ansonsten... Der Ball im Football hat ja eine ovale Form. Man könnte also meinen, äh, hat man den Dreh aber erst mal raus. Klappt das mit passend? Einwandfrei. Ich glaube, heute haben wir wohl einen Tag, wo er sagt, hier bloß Football gespielt wird. Das ist ja jetzt blöd. Ich sehe nicht dick aus, oder? Naja, ist doch, er sagt, egal. Footballer Ansgar mit seinem Lito-Meat. Äh, Lito-Meat, Lito-Meat. Ach, das könnte jetzt Ersack für Wati Ersack auch schon mal wieder problematisch werden. Ja, ich sag ja, das ist jetzt recht problematisch wieder. Ja, das ist wirklich ziemlich problematisch. Da kriegen wir jetzt Ersack auch nichts... auch nichts Gutes auf die Reihe. Wir haben wohl aktuell wirklich die Pokémon ausgewählt, die am wenigsten die jetzt irgendwie ausrichten können. Ich habe nur schwere Knochen. Ist doch, er sagt, jetzt egal. Hier, ich will ein bisschen unnötiges Gewicht loswerden. Ein weiterer Trank. Ach, na gut. Ich bin nicht schwer, nein, ich bin nur schwer enttäuscht von meiner Leistung. Hey, Kindchen, komm und hilf mir beim Training mit einem Pokémon. Tja, wir haben auf jeden Fall gegen die Metro-Meister jetzt gekämpft. Wir haben, er sagt, die Einklangspassage eröffnet. Und immerhin eventuell gleich Vati auf Level 22 gekrägt. Griffheldes, das ist jetzt dein großer Auftritt. Ein Pflückerangriff und schon ist Praktibalk praktischerweise erledigt. Gut, Level 22 erreicht. Leider keine neue Technik. Das dauert wohl, wie es aussieht, doch noch ein paar weitere Level-Ups. Schade. Und ich dachte, meine aggressive Spielweise würde sogar Flug-Pokémon schreiten. Er kommt eigentlich vor, nicht wissen, dass wir ein Flug-Pokémon einsetzen. Aber gut, jetzt erhalten wir wieder einen weiteren Trank. Tja, Football, Football, Football. An diesem Sport kann ich nun wirklich nichts abgewöhnen. Aber war es jetzt, der sagt, wirklich bloß Football heute? Die Football-Spieler trainieren gerade hier im Stadion. Das Training ist öffentlich, es kann jeder zusehen, der möchte. Tja, das war es dann wohl, er sagt, jetzt mit dem Training. Oder was haben wir hier jetzt noch? Sporthalle, Tennis und Basketball. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht doch erst mal wieder heilen und dann im nächsten Part machen wir uns dann doch schon eher mal auf den Weg zur vierten Arena. Und alles, was er sagt, dazu und darum gehört. Dann können wir sowieso auch noch ein klitzekleines Extra-Training absolvieren, bevor wir dann gegen... Ja, ich weiß, er sagt jetzt immer noch nicht den Namen der vierten Arena-Leiterin. Und damit sage ich dann jetzt erst mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und schau, wo das Training noch ein bisschen weitergehen wird, bevor wir den vierten Arena-Orden der Einlad-Region um unser Eigen nennen dürfen. Bis dann und schau, bis dann.